Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial hier auf Conface. Heute mal ein ganz kleines Tutorial und zwar geht es darum, dass man auf manche Kommentare bei YouTube nicht antworten kann, wie auf den Kommentar von Erik Schnittger. Er schreibt sehr viele Kommentare und ich würde auch extrem gerne darauf antworten, nur leider hat er das in seinen Google Plus Einstellungen ausgeschaltet. Aber natürlich gibt es eine Methode, das Ganze umzustellen. Dafür gehen wir einfach auf plus.google.com.settings. Der Link für dich natürlich in der Videobeschreibung. Ich hätte dir vorsichtshalber empfohlen, auch vorbeizuschauen. Vorsichtshalber, man kann sich ja nie sicher genug sein. Auf jeden Fall, wenn wir auf der Seite angekommen sind, gehen wir unter wer darf meine öffentliche Beiträge kommentieren. Das nicht auf meine Kreise oder nur ich lassen, sondern ganz wichtig auf alle stellen. Dann dürfen alle YouTube Nutzer auf deine Kommentare antworten. Das war es schon von diesem kleinen Tutorial. Ich hoffe, ich kann dir helfen und Erik Schnittger, ich werde zukünftig dann auch auf deine Kommentare antworten, sofern du das natürlich umstellst. Ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.